Hallo jetzt kommt so eine neue Folge mit ihm hallo lololo Yeah, oh Und du suchst jetzt grad noch irgendein Bild raus, ist das denn wenigstens witzig oder in welcher Richtung du da bist? Ja, ist das witzig Es ist dasselbe Bild, wo landest du, Sally? Hier unten Äh, weiter links Da, okay Okay, ich bin safe, ich bin safe Nee, weiter rechts Rechts hier, dort, dort, dort Jajajaja Ich seh grad, dass da auf der Ecke, wo wir auch hingehen wollen, alle hingehen So zur Kamung, sechs Minuten Ich such da später raus, das ist echt funny Also du hast mein Profilbild gesehen und denkst dir, ey, das erinnert dich an was Nein, Daniel, nein, Daniel hat da was gephotoshoppt Auf, mit diesem Profil, was du aktuell hast Achso, auf mein Bild hat er was gephotoshoppt Ja Ja, wie gesagt Kein Pimmel, keine Angst Ich fick ihn Oha, Alter Das ist raus Schreib nen Distract gegen ihn 1000 Bars Ich nehm mir bei Fuß Daniel, komm bei Fuß Daniel, komm bei Fuß Ach Gott, nein Ach, stimmt, wenn Daniel das Foto gephotoshoppt hat, dann sind da Anime-Geals drauf, oder? Hab ich neben mir Tatsächlich nicht Das ist nur eine Kleinigkeit Und ich hab das erst nicht erkannt, dass das ein Photoshop war Äh, das ist nix wildes, wirst du sehen Das sieht nur funny aus, bloß ich weiß nicht mehr, wo das war Oh, Mörser Das ist von damals aus Mörser Also er ist jetzt nicht aktuell, aber Ja Ah, ja, dann Oh, Mörser die Ich überlege, ob ich den mitnehme Jo, hier und dann aufs andere Dach Nein, nein Oh, nicht gerade drüber Immer rüber, normal rüber springen Das funktioniert manchmal nicht Okay Oh mein Gott Oh Ah Rüber, du Plunze Lass ihn herlocken Ich kann ihn von hier Jawohl, der kommt, der kommt, der kommt Ja, hab ihn Er ist ausgelockt Hinrennen So, du Muschiklaus Der muss Der hat keine Ahnung gehabt, wo er Wo ich war Weil er einfach von oben geballert hat Und der sagt, hä, von wo denn? Ah, der bringt mir direkt MP5K Hab ich auch, aber ich hab keine Muni mehr Kannst du Scheiße Ja, ich hab die Ich brauch einen Ticken Muni Komm her Alter, da passt ein 240 rein? Ja Mit Magazin Übelgeil, ne? Junge Komm auf den Berg Gott Ich hab ihn gesehen Digga, wie sein klein hässlicher Kopf flugt Ja, es ist so schwer mit zweifach da zu treffen Ich geh, ich hab Kümmer und Korn Ja, ich seh nur seine hässliche Fresse Und wenn er mich abballert, dann trifft er mich wahrscheinlich höher als ich Junge Mann Oh, richtig Muni, Serdi Boah, richtig Muni SLR, nehm ich mir So Ich glaub ich nehm die Was? Pst Pst Okay, wir müssen hier abbauen Nein, wieso wir? Wieso wir? Heck hier Wir warten Zum Strand Hier sollten wir nichts abkriegen Aber die Leute abfangen, die zu später kommen Oh, es kommt, es kommt Kaioken Kaioken Komm im Iran, Alter Hust Ah, der Loot ist aber unbetroffen Also die Waffen sind noch nicht kaputt oder so Die Bomben wurden Ne, alles safe Stay through So, ich will mein Lieblingskombi hier Shotgun und MP5K Und zweifach Du kannst jetzt auch viel einfacher in die Gebäude reingehen, sehr gut Hier ist ne Panzerfaust Wo ist der Dreckige? Ja, der ist schon weg Auf dem Berg Meinst du? Ja, der ist irgendwo nicht I choose you Nein, da ist der Fettsack Ich hab mich Hä? Scheiße, ich stand da an der Wand Ah Ich hab mir das Ding in den Arsch gerammt, sehe ich da oben Oh no, da ist er, ist er die Stopp Ah Genau deswegen Oh mein Gott Scheiße Brauchst du ein Midi? Die Penner Äh, ich hab Ne, ich hab keinen Oh Oh Die rölligen Wollen mein Fleisch Die werden bemörsert Die haben anscheinend noch mehr Feinde Ja, zu Recht Ja, jeder der mich abknallt ist mein Feind Und von allen anderen auch Hier ist noch ein Zweifels Habisch Oh, ein Dreifach Na, eine Haftbombe, ich hab ja nicht schon genug Aber so aus wie gelbe Muni wär gut, weil ich hab für die erste Lernlos Rechtsentschluss Ja Sag mal, bin ich das komplett dämlich oder was? Ich bin jetzt ernsthaft in das Gebäude reingegangen, wieder rausgelaufen Und dann einmal drumherum und wieder rein ins Gebäude Das klingt nach mir Ja Ist auch noch Junge Die sind ja immer noch Hab ich zweimal gehetet Glaubenbarer Jaaaa Jetzt weiß er aber, mit wem er sich anlegt hier Grünes Ding Oha Jungen, der hat doch einen Einser-Helm oder was? Was will der denn? Wir sind zwei, Bruder Der hat keine Weste an oder eine Einser Rechts, dort ist der andere Ja Wir haben gesehen Den Nikolausigen Frisblei, du Spaß Was? Was ist das da? Pass auf, der andere über- Kommt hier gleich irgendwo raus oder so Nee, nee Meinst du? Ja, da ist der andere auch Ja, der hängt da noch Da rechts Digga, mit ner MP snipen Ah, direkt hier Einmal Haus Nein, ich lade nach Lade nach Don't In dem Haus Der ist da rechts am Haus Nee, der ist auch weiter gegangen Der ist an dem roten vorbei Bist du safe? Ich komm zu dir in das Haus gekrabbelt Schieß auf mich Ich bin jetzt safe Aber der kommt ganz rechts rumgekrabbelt, der tut Könntest du es schaffen hier rein zu gehen Ist noch ne, smoke ist Hab ich nicht An die andere Wand, nicht da rechts, andere Seite Gott Äh, die Zone Ja, ja Deswegen andere Seite Ja Was willst du machen? Ja Ach, Menno, ey Ja, das ist immer das Ding, wenn du ewig lang mit irgendwelchen Leuten fixiert bist und überhaupt nicht mehr woanders drauf achtest Das legt dich einfach jemand Um so ein Doogie Ach, Manno Ach, Tarakiki Man, Karakin ist so cool, aber nicht wenn du so eine Sniper-Battles hast mit dreifachs und der andere wahrscheinlich auch einen Rotpunkt oder einen Zweifach gehabt Das ist doch dämlich Jo Na ja, der nächste rein Was ist mit Stefan passiert, ey Was ist eigentlich mit Stefan passiert? Das ist die Folge, was ist mit Stefan passiert? So fahren wir wieder an, was ist eigentlich mit Stefan passiert? Mann, ey Das letzte von Stefan Das letzte von Stefan Das letzte von Stefan Nein, das ist nicht das letzte, ich habe sie nochmal gesendet Achso Das ins Thumbnail mit ein paar Bürgern Das wäre cool Das würde ich feiern Wäre aber nicht cool Kann sein, dass das nie was auf dem Dach gibt Da ist auch einer Einer bei dir auf dem Dach Ich bin hier auf dem Dach, ich bin im Fenster Ja Ja, der ist auf dem Dach auf jeden Fall gelandet Wundervoll, ey Ich glitsche Das ist gerade gar nicht eine Scheißwaffe, Alter Ja, der ist hier Er ist hier Hat er eine Waffe? Ja, ja, ja Scheiße, ich habe auch einer Er ist unter mir, Vorsicht Oh, das ist noch oben Der ist noch oben Der ist noch oben Hier Hier Gibt es keine Waffe Da hinten Habe ich noch stocked Nur noch der, Dude Rechts Der ist hier Der geht jetzt nach rechts Ich bait ihn Nicht davor gehen Mann, Dima Was für baiten Du Sext einfach Fliege jetzt rein Der ist da bei seinem Kumpel Ist ein Nate Ich habe ihn gesehen Der ist da drinnen In diesem Haus Seid die Er ist hier drinnen Ich habe ihn Oh Ich habe eine Waffe Ey, komm ich bin glich Leute, der hatte gar keine Muni mehr Ich habe den aufgesammelt Da liegt nicht eine Kugel Alter Das war zu close Alter Wirklich eh Granate Granate Das war ich Voll Seid die, wo sind die Gegner Ich schnapp sie mir Huh Ich habe eine Waffe Wie scheiße Weißt du Diese Drops manchmal Eine fette Lagerhalle Und nichts an Waffen Diese Schmutz Game Yo ey Last 1v1 Nee, nee, nee Will ich mal Hier Komm einfach Oh, dieses Gesicht Von Stefan ist so süß Ich hatte es nur offen Stefan und das Sie ist nur Homo Aber du bist ein bisschen dick geworden Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun No Homo Du bist dick geworden Hä Nee, nicht in dem Ja, ich habe den Kontext verkackt No Homo Weil ich dein Gesicht hier offen hatte Und ich als süß gesagt habe Aber du bist ein bisschen dick geworden So herum Makes no sense, I don't care Zeig mich doch an Ich weiß nicht, was ich das sagen soll Gar nichts Nö Wenn wir das sehen und denken Hä Hier ist noch ein Vierfall Ich habe achtfach nur eine Karabine Okay So Du, das hätte ich so gebrauchen können Was, die Verbände oder was? Nein, Stefan Nein, die fette Pille vor dir Ich nicht Ja, du auch, okay Argument ist da Ich akzeptiere es Ja Die Zone würde uns immer verarschen, ey Nein Ich habe ein Quad 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 Action geht weiter Trau dich Was trau dich Ah, das Squad ist noch weit weg Aufs Quad zu gehen Nein Okay, deal Dreh dich Dreh dich Der war weg, der Penner So, ich werfe jetzt die Falle auf das Squad Ich will gucken, was passiert Ja, die kriegt natürlich echte Schüsse ab, ne Also, quasi tot Also, quasi tot So, mein Herr, die Parken absoluten Halteverbot Foto ist schon gemacht Oh, ne, das brauche ich ja gar nicht Kann sein, dass das bisschen dämlich ist, was ich gemacht habe Wir werden es gleich sehen Wir werden es gleich sehen Ich weiß noch nicht, was du gemacht hast Du willst es nicht wissen Was war ich? Kein Grund zur Panik Oh, 9-Armonie Eine VSS Das ist manchmal auch echt ein Segen Gut, dass du der Vater bist Oh, der steht da nicht Digga, ich bin Zentimeter zurückgefallen Du dreh dich auf, weißt du Hast du das Ding wieder aufgesammelt? Yes, respawn Ja, genau Ja, noch einmal kurz Ja, dann ist es weg, ja Ist auch noch gut Boah Das Ding hat eine richtige, äh, Linkslage Ja, natürlich So, jetzt halb an Oh, Gott, Alter Hörst du das Schleifen? Ja Machst du hier grad die Nägel? Ja, ich habe ja nichts zu tun Wenn ich, äh, Farmer, ne? Dumme Stück Na, na Jo Na Na Achtung Und Drift Drift, Drift Und Fuck you Drift Ja Jawoll Wohin denn? Ja zur Zone Digga, ich Wohl Ist die Orientierung schon wieder schwierig Ich dachte, wir fahren zurück Warum? Ja, deswegen So, hä? What are you doing? Are you stupid? Oh, der ist hier noch vorbeigefahren, rechts Guck hier Da, da Da, 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 da oben fahren die Rechts Da oben mit dem Kurt Hey, Asis Hey, Asis Wir sind cooler Wir haben nur die Hälfte anreifen Da fahren die Die fahren jetzt ganz her Frisano brother Cooler Frisano brother Ich hab Die sollen kommen, Allah Da kommen sie Oh Oh Fuck you Ja, als ob der Schießt der im Flug Ja, ich hab ihn Ich hab ihn auch noch Will der mich verarschen? Wieso flieh Wieso schießt der während der Kannst du mal irgendwie ein bisschen Warte mal Ist ja Du kannst mich aufheben und Nee Gut, dass du mich aufhebst, während die Granate langsam zündet Aber da waren doch zwei auf dem Quart oder nicht? Hast du den einstellen gemacht? Ja, den einen hab ich gebumst Den anderen hab ich gebumst Hier? Oder wo? Nee, unten Hier ist übrigens sehr viel am Visier Ja, aber Wo ist die zweite Kiste? Äh, nicht hier Weiter hinten, warte? Hätt auch nix Ich hab das außerdem erst achtfach genommen, willst du's? Ah, warte kurz Ich hab's daneben gedroppt Obwohl, ja, ja Ich brauch noch ein richtiges Den anderen hab ich hier gebumst Da unten ist ja Moment, der ist richtig probiert Er fliegt einfach und in der Luft kann er weiter schießen, willst du? Sonst wird's wegen jeder scheiße behindert, die irgendwie existiert Man kann einfach in der Luft weiter ballern Kannst du dich by the way mal heilen? Ja, ich muss erstmal was an Heilung finden Ich hab neun Millis Okay, dann brauch ich die Hälfte Äh, ich kann das aber nicht durch neun teilen Äh, ne? Die Hälfte Hier hab ich gedroppt Oh, wie ist auch die Hälfte Oh, richtig für der neun auch mal nie Ich kann neun nicht durch sich selber teilen Scheiße Fuck Dabei kommt nur eins raus Und dann haben wir nur noch einen Verstehst du? Das ergibt keinen Sinn Wo hab ich denn jetzt wieder kacken Platz Digga, die fahren auch Braudis Arschlöcher Die sind links Die sind links Die sind weggefahren, ja? Hier seid ihr Ja, warte Ah, ich komm den scheiß Berg nicht hoch Hier, die müssten hier irgendwo sein Komm her, komm her Ich kann da nicht picken Die sind hier irgendwo Weg hier, weg hier Ja dann Jalla Jalla Los So, jetzt auf die Schnauze legen und tot Hast du die vier Medikids genommen? Ja Ich kann sie gerade noch so hoch sammeln Ganz links ist ein Drop oder ein Sterne explodiert ist Ja, das ist ein B-Stern oder so? Ein roter Spern? Roter Zwerg? Roter Zwerg Wobei, das wäre komisch Weil das wäre nicht der Stern, der für uns gehört Weil der wäre viel näher dran Weil die viel weniger Leichtkraftwerke wärmer haben Der ist auch hier bei uns Der ist nur ein paar Kilometer weg Das ist wirklich ein kleiner Zwerg Der ist nur ein paar Zentimeter groß Ja, der Ding wird schlecht gepuffen Naturwissenschaften, meine Damen und Herren Sonnen können auch bis zu ein paar Zentimeter wie so ein Gymnastikball groß sein Die halten, also könnten sie, aber dann sind sie auch ganz schnell weg Ja Wo? Ah Da I have seen, doch I have seen your face, man Man Okay So, ich gehe zu meinem beliebtesten Punkt Und hoffe, dass da Dass Dixi scheiße aussehen wird Dass das hier geil ist Oh, du hoffst, dass das hier geil ist? Warte, jetzt! Nicht wegrollen Warte Warte, wie sieht sie aus? Glutet? Geil Ja, es glutet Ist egal, wir können auch die Reste verwerten Das ist ein zweier Rucksack Guck mal, ein Klapp schafft, ich kann richtig gut die Reste verwerten, ich bin wie so ein Bakterium Ich bin schon full da, äh, full build Ich wollte nur ein Charly, full SR und so was Cool Bilder mit seinem Dornenpanzer und Guardian Angel, Alter Na? Was war das für eine Anspielung, Leute? Wisst ihr es? Dann seid ihr cool Wenn nicht, dann habt ihr eine Lücke Ja Entschuldigung, habt ihr nicht CSGO war das für die, die es nicht gecheckt haben Äh, ja Guardian ist eine Waffe Und Dornenpanzer ist eine Waffe Obwohl, Guardians gibt es ja jetzt auch in PUBG, ne? Huch Ich weiß nicht Der sieht echt schlecht aus mit Ich habe nur 20 im Sniper und 35 so in Puzzi Was ist denn hier los? Hast du keine Muni? Nein Brauchst du gelbe und Räuner oder was? Ja Ja, kann ich dir geben Also gäbe nur ein paar, so 10 oder so, dann bin ich erstmal glücklich Rote bräuchte ich schon irgendwie knapp an die 100 Ja, also hier kann ich dir Ja, das reicht schon Das reicht schon Ja Ja, das passt dann, ne? Ich habe halt dann jetzt noch 18 plus Naja, zwei Magazine insgesamt an SKS Komm hier, der Single Summon Hier ist das, was ich möchte Der Osoro Single Summon Ja, Seri Seri Es ist das, was ich wollte Halt's ab Yeah, fuck you Fahr da nicht drüber Ah Vorsicht Da vorne ist absoluter Halteverbot Du wirst angeschossen Ich fang doch einmal eben rum Okay Das ist nur Ass manchmal Und das ist Ass Und das ist Ass I'm sad wiccan this is Ass Ich bin zu dick, fahr. Hä? Ich slidder immer noch. Wie gesagt, ich bin zu fett. Ich krieg grad kein Tempo drauf. Ich rutsche die ganze Zeit, dicker. Leckt das oder was? Ich rutsche mit dem Motorrad hier rüber. Wtf? Das ist kein Auto. For real, ist der Reifen gepackt oder was? Au! Wow, scheuer nicht. Das ist mit ihm. Das ist mit ihm. Hier ist noch gelbe, wenn du brauchst. Heilung. Ist ne Winchester okay? Ne. Ne richtiges. Nicht so eine für Hinterwäldler. Boah, diese Ansage. Liebe Hinterwäldler, ich möchte, dass ihr eure Mollys zündet und auf Cedric wirft. Ich nenne euch auch später die Adresse. Vielleicht. Ich könnte die Adresse jetzt sagen. Piep, piep, piep. In der Piep-Straße. Ja, da ist zensiert der Dreckige. Ich weiß es schon. Ja, ich wohne auch nicht im Weg. So und so, deswegen. Ja. Gefickt. Boah. Man, die ist Husten. Benzin, seddy. Ich hab billigen Alkohol von der Tanke. Digga, ein Liter kostet nur 1,80. Let's go. Schön mit Milch. Sie hat auch in der Ferne nirgends nen Dropflugzeug. Hm. Hm. Ich probier's doch mal mit dem Motorrad aus. Die, das Motorrad ist einfach umgekippt. Es ist ausgerutscht. Sie wäre so aus. Jawohl. Ja, jetzt. Ja, ist wieder besser. Aber das war ja wirklich Arsch. Motorrad action. Dün 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 dün. Wir verrecken durch einen kleinen Hügel. Action. Und ähm. This is ass. Jack ass. With jack. With jack the ass. And it smells ass. Oh, nö. Sagt er nur ein Spieler. Digga, rechts und links. Die ganze Zeit Schüsse abwechseln. Da ist wohl Sniperkrieg mit Blinden, Alter. Tch. Classic. Bui. Okay, das ist gefährlich, ja? Hast du ja, hast du Wasser dabei? Wasser? Ja. Ich würd gern dem Baum hier ein bisschen Wasser geben. Der sieht so trocken aus. Ah, du bist so gutmütig, ne? Ja. Danach kann ich den für 20 Dollar verkaufen, dann bin ich die reichste Person in der Stadt. Je. Uah. Okay, close ist keiner. Da ist aber ne Tür off. So. Tch, ich seh niemanden. Ich seh den Cedric und einen Baum. Da hinten ist ein Drop. Gehen wir uns mal zu dem? Oh, der ist weit weg. Jo. Ja, genau. Lass mal runterrutschen. Ja. Ja, Toto vielleicht hier nochmal. Uiii. Ja, okay. Los. Du schaffst das. Da ist einer mit Fallschirm. Ja. Ich dachte, ich versuche nur auf gut Glück. Oh. Der ist ja wer. Den hab ich gar nicht gesehen. Hä? Du hast doch genau den hängen geballert. Ja, aber auf dem Fallschirm, Doody. Ja, der ist jetzt genau da reingegangen. Ist das on point? Fast. Ich gucke sogar ja. Ich seh bisher noch keinen Maid von ihm. Doch, da ist er. Ja, das sind zwei. Jawoll. Du. Aperol. Spass. Uuuu. Oh. Oh. Das war ne Nate. Kein Vogel. Die sind hier. Seiddy. Richtung Westen. Westen. Nordwesten. Ja. Habe ihn. Digga, der hat dich einfach... Ja, als ob der genau perfekt auf diese Molly wirft. Und zwei Splitter. Ich dachte, es war auch ein Vogel. Und zwei Splitter. Von unten. Das ist in meiner Fresse explodiert. Hä? Was ein Bastard. Junge, du kannst ja komplett vergessen, dass das dein Ernst ist, oder was? Ich muss ja später die Devcam an gucken. Das war eigentlich lächerlich. Ja, das war... Ich guck zur Seite. Da kommt was geflogen. Ich denk mir nix bei. Explodiert neben mir. Ich liege. Da kommt Molly. Da kommt noch ne Nate. Easy. Das war ziemlich scammy. Ist ja die Gündje. Meine Sachen. Ah, das ist die gleichen Sachen. Okay. Irgendwas geiles. Ah, das hier. Wir rauch könnten. Ein paar Granaten. Ah, das wollen wir nicht mehr. 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 Hast du nichts gehört? Nein, ich hab nichts gehört. Der kommt einfach aus dem letzten Loch gekommen. Bei dem Dude, da würde ich halt nochmal checken wollen, ob das nicht ein Cheater war. Das ist halt so dumm gewesen. Vor allem konnte er das genauso werfen, weil vom Winkel her ist es eigentlich schon voll schlecht, so zu treffen. Er muss ja neben mir gestanden haben und die quasi so gekullert haben nach oben. Ja. Oh, der. Ah, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Genau. War ich nicht. Oh, der ist Chicken Dinner. Jetzt kommst du hier nicht mehr rein. Wo rein? In das scheiß Haus. Ohne Chicken Dinner kannst du es vergessen. Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, wa? Ja, möglich. Entweder du schlachtest, da unten ist was. Der wollte sich heilen, der Idiot. Der Arme. Ja. Weil wenn er sich heilen wollte und du ihn getroffen hast, dann musste er ja sehr wenig Leben haben. Ja. War leider kein Header, glaube ich. Ganz knapp nicht. Oh, nö, 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 nö. Da war er, der hat kurz geloopt. Oh. Beides sind absolute One-Hitter. es ist nur beschissen die beruhig dich achten auf dein herz ja ja ist immer noch da so q e weg der schlitz grüß an ashlands ich hab nicht mehr viel spät aber ich habe sprit ja ich habe spritus mitgenommen genau für diesen fall falls ich verrecke bin ich mein tod war nur zu neun zehntel umsonst das überlebt hast du aufgetankt ja ich habe mir die mühe gespart oh gott sei die nein nein nicht er tankt um selbstmord zu begehen ist das denn für ich habe ein bisschen auf die karte geguckt müssen da wo du jetzt aktuell hinfahren möchtest hast du rechts von dir einen dicken hügel da muss aufpassen dass nicht von da oben runter gesnabt ja da will ich ja das ist die location ganz so das ist so mini so mini dorf sag ich mal irgendwie sechs häuser da wo ich war in der ecke da waren schon sehr viele für die party noch richtig großen stadt ich bin ein bisschen so auf map news da ist ein stein vorsicht gesehen genau hier ist gut um das motor zu verstecken ich mag hier mal den ort wo er hinlaufen muss um safe zu sein hier mindestens bis da muss er kommen um safe zu sein so ein stein da ist er gestolpert die tut weh die zonen behalten hinten ja der will weiter zielen um zu sterben ich weiß nicht ich habe ich da irgendwie kill zu gekriegt habe so wie lächerlich ist das auch kannst du den mal markieren wo der ist ja ich bin mir sicher ich glaube ich habe den gerade schon eingetickt du musst weiterhin ich markiere den ort wo du safe bist was heißt denn rennen ich habe motorrad rennen habe ich gesagt okay gut alles klar mache ich trotzdem nicht guck mal der eine ist weit gekommen guck mal kurz zum ziel das ist ja peinlich hat er denn nicht nach wie gesagt da musst du mindestens hin damit du safe bist guck dir die lecke genauer an sadie jetzt kommen die hier und wollen irgendwas aber nö so ja einfach geradeaus weiter irgendwo da von osten oder südosten ist auch noch irgendwer der rumballert da habe ich noch einen schuss gehört aber die meisten sind von da wo ich herkomme ja im zentrum ist auch nichts wirklich das ist einfach kacke motorrad ich weiß nicht ob die es verbessert haben mit motorrad aber bis jetzt bin ich noch nicht auf die fresse gelegt oder es war super close noch nicht oder der ersten beobachtungsturm wie diese kacke ob man mit ich muss von hinten erstmal sichern so wie wir wollen da da war ein welcher hast gesehen zurück rechts rechts von der stadt beim turm und ich beim turm da oder beim wasserturm der rote weiter links ist das eine ich brauche gar nicht so viel in die richtung ey du hast noch sieben schlüssel schimmer ja stimmt auch ist der reingekommen du bist mitten in der zone hat das ja hat er es geschafft der da vorne der hat einen schönen hügel da der war gar nicht sein mädchen ich dachte die beiden gehören zusammen ja fünf schlüssel noch ich muss noch ein bisschen bisschen auch aber ich kann mal hier rüber gehen weil da war ja eine dude das heißt hier wird es sicher so sein mal hier ein schmerzmittel poppen geil ekliger der schmerzmittel ja du verzweifelt selbst die pillen ne socke geht auch da war einer oder rechts ja stopp stopp zu weit aber der ist noch keine gefahr er ist keine gefahr das ist richtig schwer zu erklären ich versuche ich muss oben drauf achten auf die image richtung grazer ungefähr sobald ich den sehe kurz schnell hoch gucken du hast ja keine verzögerung das reicht schon ja da der immer auf 165 da ist er oder 140 genau der da sei die vier schüsse vier gegner macht das wie gesagt ohne chicken der kommst du nicht ins haus rein ja hör doch mal auf jetzt ich hab schon genug pumpe da könnte noch wer sein nächste zone entscheidet auch dorthin dort entscheiden ja ich müsste hier auch vom hügel ein bisschen weiter richtung südwesten 240 der schuss der ist auch außerhalb oh 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 das ist doch nicht dein erst bleib selber nicht den mhm sammer oh das ist ein anderer achtung vorsicht nicht alle gegen mich einfach bleib gechillt auch nicht hier krank die so ein bisschen bleibt jetzt da genau dort wo du bist weil die müssen zu dir kommen naja ich muss auch nie doch nicht anders du hast dich gerade umgedehlt zu schnell hm man geht hier mal den ort wo du mindestens sein muss ist eigentlich nach rechts hier ja dann hier ist ein hügel glaube ich dazwischen ja ok meine pings bringen gar nichts ist so nah dran aber du bist aktuell safe du bist in der zone ja ich smoke ein bisschen nach rechts für plankensicherer eine smoke eine granate wenn du es irgendwie schaffst in den outpost zu smoken aber das ist ja noch nicht fertig rein zu klettern das war nicht ganz ernst man oh das war echt äh wild ah kacke du Glück hast weiter rechts ist ja der höhere punkt sage ich mal nur den irgendwie tötest kannst du seine sniper nehmen ich glaube ich muss ihn im nahe kampf erledigen ah ne scheiße ja das ey so oh gott ist der scheiße ja junge alter junge hat der schnell nachgeladen schnell ladenmagazin zack 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 alter vertikaler ne ja vertikaler heftig der ist ja richtig das ist ein richtiger spray also ich hab mich depp gemacht guck dir das an das ist mega gerade ump mit vertikalen holy shit der ist auch voll aufgeregt merkst du das? ja der ist richtig am zittern der war richtig am zittern der Junge ja ach gott da hab ich so viele AWMs versemmelt auch gegen Leute die einfach nur still standen und einfach einen header gekriegt hätten können das war bitter dann bist du halt mit so einer mittleren Distanz mit der Uzi ach kacke schade aber zumindest an dem gestorbenen der es am Ende gerissen hat das war ja mal die langweiligste Deathcam die ich je gesehen hab die musst du mir gleich nochmal zeigen aber für alle die noch ein bisschen zugeguckt haben also danke an dich abonniere doch mal und lass direkt da und kommentiere mal was die beste Stelle war und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bis dann tschüss